hallo und willkommen zu einer neuen runde world of warships ich habe seit der letzten episode ein bisschen alleine weiter gespielt und habe auch schon ein paar neue schiffe die umikaze das ist ein zerstörer und die shikuma das ist noch der erste kreuze nach der hashi date und ich will ein bisschen japaner spielen und würde auch gerne mich auf zerstörer konzentrieren mit den torpedos das macht mir schon gut spaß und ich habe jetzt irgendwas bekommen hier ich habe jetzt ein abzeichen bekommen ok you will be able to use signals after you reach a higher service record level also ich müssen höher nachkommen kann ich es auch benutzen aber noch kann ich es nicht und ich habe auch missionen bekommen was muss ich dafür tun schiffe zerstören also geht's los viele zerstörer unterwegs als zerstörer sind wir hier so einer und schießen nämlich mit den torpedos war ich bisher naja einmal sehr erfolgreich das war lustig deswegen will ich jetzt mal weiter machen aus dann ist man schön klein und schnell aber jetzt haben wir echt sehr viele zerstörer doch noch ganz wenig inseln da bin ich ja mal gespannt da kann man hier schön die ganze zeit die torpedos um die ecke feuern ich bin mal gespannt ich weiß auch noch nicht ob so ein torpedos denn auch irgendwann mal verschwindet oder ob die einfach so lange weiter fahren wie sie gerade lust haben gucken wir mal was hier so unterwegs ist also ich bin stufe 2 bin hier schon nicht so stark dabei da haben die schon stufe 3 hier die haben sogar noch kreuzer stufe 3 dafür haben wir zerstörer stufe 3 oder tier 3 ich bin gespannt also ich werde mich jetzt mal an die linke flanke gegeben mal sehen da fährt doch erstmal keiner hin der von ganz links fährt drüber schauen wir doch mal das ist unser neues schiff mit den torpedos und den kanonen da oben sitzen wir ich alle da jetzt fahre ich allein und nach A kann man denn irgendwie so kann ich selbst autopilot setzen ich kann hier so ein bisschen vierkern klicken man sieht hier alle fahren dahin und keiner kommt zu mir vielleicht die sollten wir nicht zu schnell da sein bringt uns nämlich rein gar nichts wenn wir ganz schnell da sind außer den schnellen tot jetzt will ich mal einfach mal ein torpedos dahin schießen eine torpedosalve könnte ich hier irgendwie auf das hintere torpedos wechseln einfach mal gucken was die hier so anstellen das ist noch keiner da hinten endet dann auch irgendwo da ist noch keiner da hinten endet dann auch irgendwo der der punkt da ist dass da noch keiner ist wissen wir natürlich die torpedos unterwegs aber da kommt doch was kreuzer ach so und das ist der vorschlag ich habe jetzt eigentlich mal gecheckt das schlägt uns hier vor wo wir hinschießen sollen wenn wir den gegner hier haben wir sie behalten so schnell weg ich kriege noch ein paar papiers oh oh da kommt noch einer Oh, der hat wieder getrunken. Nochmal, nochmal. Wir sind schon ganz gut unterwegs. Ah, Mist. So, die hintere Kanone kann auch gleich feuern. Los, komm. So, die hintere Kanone hier. Engine boost activated. So, die sind wir. So, die sind wir. So, die sind wir. Ich bin auf der Seite. Ich bin auf der Seite. Ja, da werden auch die Torbieter sitzen. Klaue. Oh, das ist auch nicht. Ah. Das ist ja nicht genug. Engine boost deactivated. Ich werde aber schnell damit ein Papier los vorzuhalten ist ja fast unmöglich der Hecht Die enemy team is taking the lead Torpedos support Das ist ein bisschen der Gute. Ich kann noch mal vertreten. Oh, das ist schlecht. Oh, der zweite. Jetzt kann man noch mal wieder meinen Schrauben funktionieren. Na, fährt der denn? Jetzt hält der wieder rückwärts. Ja, der drückt mich nicht. Ach so, wenn ich operieren würde, dann würde ich das schneller gehen. Schnell weg. Das wäre reichwert als nicht der Gute. Oh, der sieht gut aus, wenn der da wieder aufkommt. Nögen! Schnell, ich kann mich nicht mehr auf das. Schnell, zu schnen. Ja, ich habe es geschafft. und die Oh, da kommt der Peterson. Yes! Geht hinter, und er... er wünscht mich. Ach, gegenseitig zerschossen. Habe ich ihn echt mit dem Torpedo erwischt? Ok, Torpedos werden immer interessanter, jetzt wenn man weiß, was das hier bedeutet. Haben wir noch eine Chance? Ok, dann muss ich eben zweifeln gehen. Sieht gut aus. Jetzt muss ich jetzt auch. Der hat eine Tarnfarbe auf dem Schiff. Und einen ausgebrannten Turm. Und das sind die Anzeige. Die sehen einfach so aus. Ja, das ist auch ein bisschen. Du weißt ja nicht. Dann springen wir doch gleich den Nächsten an. Genau, die habe ich abgeschlossen. Zählt sie noch nicht. Zählt sie noch nicht. Die Runde ja noch läuft. Aber springen wir kurz in eine Kreuzer-Runde. So, jetzt mit dem Tier 2. Kreuzer, der Japaner, unterwegs. Rechts neben mir ist ein Schlachtchef. Fahren wir hier rechts rum. So, Kanonen nach links. So, Kanonen nach links. Ich bin hier schon auf den 12 Kilometer weit weg. Oh, ich komme da vorne, kommt jetzt auch gleich einer rein. Ob ich den treffen kann über die Insel. Nein. Ziemlich eindeutiges Nein. Oh, da sind schon die ersten Teile, muss ich sagen. Und, und. Vorbei. Vorbei. Wenn ein Zerstörer ganz alleine da unterwegs ist. Vorbrecht, dann sollte man den noch kriegen können. Und. Uiuiuiui. Lärm. Düst. Und. Und. So. 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 Wir werden manage. Das dritte Training ist auch. Ist auch... Das wird auch nedarım... ...ich nimmt einen Punkt einen. Der Arschluss hat den Weg gebracht. Das war's. Komm schon, siehst du mal herrücken. Was? Enemy cruiser founder. Torpedos to starboard. Kannst denn nur ein reichbares Ziel haben. Hier wurde bei der Kanone getroffen. Ah, sie ist nur auf den. Nur auf den. Jetzt sind aber... Da bricht er natürlich nicht. Jetzt ist er gleich. Hm. Mit den nächsten ist das Korn. Shit, shit, shit. Oh, oh. Die habe ich nicht gesehen. Ja, das war ein schöner Treffer von dem. Die haben aber auch Kanone an den Seiten gesehen. Oh, oh. Boah. Diese kleinen Zerstörer. Das sieht auch immer so Spaß als kleine Zerstörer. Der hat ja einfach mal... ...mega viele Kanonen. Schießt der nicht hin? Da fährt so gut, dass er nur... ...zwei noch auf den schießen kann. Hm. Na gut. Dann... ...machst du erstmal für die Runde. Und weiter geht's beim nächsten Mal. Tschüss.